Best for Soil – Mikrobielle Antagonisten und biologische Wirkstoffe – praktische Informationen Ich bin Michael und in diesem Video werde ich erklären, was mikrobielle Antagonisten sind und wie sie als biologische Wirkstoffe zur Bekämpfung bodenbürtiger Krankheiten eingesetzt werden können. Ein Gramm Boden enthält mehr als 100 Millionen Mikroorganismen, überwiegend Bakterien, aber auch Aktinomyceten und Pilze. Die meisten von ihnen sind Saprophyten, was bedeutet, dass sie abgestorbene organische Substanzen abbauen. Aber eine geringe Anzahl kann lebende Pflanzen infizieren und bodenbürtige Pflanzenkrankheiten verursachen. Diese werden in der Regel als bodenbürtige Krankheitserreger bezeichnet. Im Gegensatz dazu kann eine weitere Gruppe von im Boden lebenden Mikroorganismen unter den richtigen Bedingungen eine antagonistische Wirkung auf die Krankheitserreger haben. Sie werden als mikrobielle Gegenspieler bezeichnet. Es gibt vier Hauptfaktoren, wie mikrobielle Antagonisten Krankheitserreger im Boden beeinflussen. Erstens, direkter Parasitismus und Tod des Erregers. Zweitens, Wettbewerb mit dem Erreger um Nahrung oder einen Lebensraum oder eine Nische. Drittens, direkte toxische Wirkungen auf den Erreger durch antibiotikaähnliche Substanzen und Viertens, indirekte toxische Wirkungen auf die Krankheitserreger durch flüchtige Substanzen, die von den Antagonisten produziert werden. Kompost ist das Ergebnis der Umwandlung von organischen Rohstoffen durch Mikroorganismen. Daher kann organisches Material extrem reich an Mikroorganismen sein, einschließlich mikrobieller Antagonisten. Eine wichtige Gruppe von Antagonisten im Kompost sind Pilze der Gattung Trichoderma. Sie können Zellulose, einen wichtigen Bestandteil des Pflanzenmaterials, während der Kompostierung abbauen. Da die Zellwände von Omyceten wie Phytoftora und Pythium-Arten ebenfalls aus Zellulose bestehen, wird Trichoderma auch das Überleben dieser Gruppe von Krankheitserregern im Boden erschweren. Eine weitere Gruppe wichtiger mikrobieller Antagonisten sind Bakterien der Gattung Bacillus. Sie sind hitzebeständig und können daher in hohen Temperaturen in heißrote Komposten überstehen. Daher verbessert die Zugabe von Kompost zu einem Boden nicht nur seine physikalischen und chemischen Eigenschaften, sondern bereichert den Boden auch mit einer potenziellen Reihe an mikrobiellen Gegenspielen. Pflanzen versorgen Bodenmikroorganismen durch ihre Wurzelexudate mit Nährstoffen. Daher ist der, die Wurzeln umgebende Boden, die sogenannte Rizosphäre, besonders reich an Mikroorganismen. Da Krankheitserreger mit den Wurzeln in Kontakt kommen müssen, um sie zu infizieren, ist eine Rizosphäre mit einer hohen Anzahl an mikrobiellen Antagonisten zum Schutz der Pflanzen besonders wichtig. Zwischenfrüchte und Gründünger versorgen die Bodenmakro- und Mikroorganismen während des Zersetzungsprozesses mit zusätzlichen Nährstoffen. Dadurch wird die Aktivität von mikrobiellen Antagonisten im Boden erhöht. Suppressive Böden sind Böden, in denen sich bestimmte bodenbürtige Krankheiten trotz wiederholtem Anbau derselben Kultur und dem Vorhandensein von Krankheitserregern im Boden nicht entwickeln. In mehreren Fällen wurde dies durch spezifische mikrobielle Antagonisten in den betroffenen Böden verursacht. Die Isolierung und Identifizierung solcher Mikroorganismen ermöglicht es, hocheffiziente mikrobielle Antagonisten zu erhalten. Nach der Vermehrung können sie kommerzialisiert und als biologische Bekämpfungsmittel, kurz BCA, vermarktet werden. BCAs werden manchmal als Pflanzenschutzmittel vermarktet. In diesem Fall müssen diese ihre Wirksamkeit bei der Bekämpfung bodenbürtiger Krankheitserreger nachweisen, um ihre Registrierung zu erhalten. Da dieser Prozess kostenspielig und zeitaufwendig ist, werden BCAs in einigen Fällen als Pflanzenstärkungsmittel, organische Düngemittel oder ähnliche Produkte vermarktet. In diesen Fällen kann ihre Wirksamkeit gegen bodenbürtige Krankheiten nicht verifiziert werden. BCA werden häufig eingesetzt, um Saatgut- oder Jungpflanzen vor einer frühen Infektion durch bodenbürtige Krankheitserreger zu schützen. Die Hauptanwendungsmethode ist die Saatgutbehandlung oder das Wurzeltauchen mit BCAs kurz vor dem Pflanzen. Je nach Land variiert die Anzahl der kommerzialisierten und verfügbaren BCAs. Best for Soil wird keine spezifischen Produkte bewerben, sondern hofft, den Austausch zwischen den Anwendern über ihre Erfahrungen mit kommerziellen BCA-Produkten zu fördern. Zögern Sie daher nicht, sich mit Best for Soil in Verbindung zu setzen, wenn Sie eine Community aufbauen möchten, um Ihr Wissen über BCAs weiterzugeben. Untertitelung des ZDF-Wirmaßes